Pfosten inzwischen ist das 1 zu 0, aber sowas von hoch verdient von Costa Rica. Und jetzt die nächste Chance und jetzt ist alles klar. Campbell mit dem 2 zu 0, toller Konter, verdientes Tor für Joel Campbell. 78. Spielminute, nah dran am Abseits, aber wohl gerade noch korrekt. Tolles Zuspiel, technisch dann stark mitgenommen und auch gut abgeschlossen von Joel Campbell. Der Star der CONCACAF U20 Meisterschaft. Und das müsste es dann doch eigentlich sein für die Mannschaft von Ricardo La Volpe. 0 zu 2 Joel Campbell.